Gaston Bouthaul war ein französischer Soziologe, er gilt als Pionier der Soziologie des Krieges. Bouthaul studierte Rechtswissenschaft und Philosophie in Genf, Paris, Tunis und Rabat und wurde sowohl für Rechtswissenschaft als auch für Philosophie promoviert. Er lehrte als Professor an der Rechtsfakultät der Universität Paris, sein Hauptinteresse galt dem Krieg als soziales Phänomen. Um sein Fachgebiet eindeutig von militärischen Forschungen abzugrenzen, nannte er es nach dem griechischen Polemos Polemologie. Er war Begründer und Präsident des Instituts France et des Polemologie, Schriften in deutscher Übersetzung, Staatsideen und politische Programme der Weltgeschichte Übersetzung von Margret Henning, Vorwort, Carlo Schmitt, Stuttgart, Cotter, 1965 65, Kindermord aus Staatsräson, der Krieg als bevölkerungspolitischer Ausgleich Übersetzung von Karin von Sabienski, Stuttgart